Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schlachtanalyse von mir, dem Fearscream. Ich spiele die Dunkehelfen mit Malekith im Schnellgefecht gegen die Echsenmenschen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Und wir ziehen uns jetzt das Video rein, wir gehen kurz am Anfang die Armeen durch und dann werden wir die Schlacht im normalen Tempo starten. So lange Zeitlupe, meine Freunde. Also, ich habe hinten die Schwestern, das gemetzelt, gegen Kavalerieeinheiten. Natürlich als General Malekith. Und ich habe in der hinteren Linie zweimal Dunkeldorn. Hinten die schwarze Garne von Nagarond. Und um schön Damage zu machen, habe ich noch zweimal Corsaren mit dabei. In der Mitte habe ich nochmal die Dunkeldorn, also Armbrustschützenseite. Um die Flanke zu schützen, habe ich Schreckensperre zweimal dabei. Und vorne, um die Linie zu halten, habe ich Düsterschwerter mit. Und Malekith hat schöne, viele leckere Zauber, so wie immer. Ihr könnt ja mal kurz reingucken. Also, er hat einiges dabei, um ein bisschen Action zu machen. Und hier habe ich mir ein bisschen gegönnt, Leute. 1550 Punkte. Aber die gehen auch einfach steil, Leute. Zieht sie euch einfach rein. Guckt sie euch an. Die sind so extrem krass. Oh mein Gott. Ritter der ebenholzfarbenen Klaue. Wirklich, Leute, die Typen hauen richtig rein. 120 Rüstung. Führerschaften 90. Und Geschwindigkeit 66. Nahkampf 45. Nahkampfabwehr 56. Rüstungsdurchdringender Schaden. Von 34. Das ist heftig, Leute. Und mit Schild und Panzerung. Das heißt, auch gegen Fernkampfangriffe sind sie nicht so anfällig. Ich schicke sie hier natürlich schön flankierend rein. Ziehen wir uns mal ganz kurz rein, was der Gegner so am Start hat. Also, seine vordere Verteidigung besteht aus Saurus mit Speer. Ich glaube, viermal. Ja, Saurus mit Speer. Hier sind Saurus Krieger mit Schilde dabei. Da haben wir nochmal Saurus Krieger mit Schilde. Und hier haben wir auch nochmal Saurus Krieger mit Schilde. Er hat Krokgar auf jeden Fall mit dabei. Der stärkste General aus meiner Sicht. Aber dem haben wir es gleich auch trocken gegeben. Bastiladon haben wir mit Sonnenmaschine einmal hier auf der rechten Flagge. Er hat echt krasse Einheiten dabei. Bastiladon, der Sonnenschmiede auf der anderen Seite. Und hier hinten hat er noch ehrwürdiges Stegadon am Start. Geile Einheiten, Leute. Dieses Spiel ist einfach der Oberknaller. Zieht es euch einfach rein. Es macht einfach so Spaß, das Spiel zu spielen. Ach, hier hat er noch was versteckt, der Kumpel. Was haben wir hier? Ein Stinkpriester hat er hier mittendrin in seinen Einheiten noch drin gehabt. Und hinten habe ich glaube ich noch was übersehen. Ne, doch nicht. Okay. Das sind die Armeen, die aufeinander zulaufen und Krieg führen wollen. Wir lassen es mal laufen. Ja, beide sind frontal ausgerichtet. Beide wollen direkt Action haben. Und so haben wir dementsprechend auch gespielt. Und los geht's, meine Lieben. Ja, mit meinen Dunkeldorn habe ich natürlich hier auf Krochgar geschossen. Rüstungsbrechender Schaden geht richtig ab. Währenddessen kommt hier meine Kavallerie reingeritten. Die auch richtig den Todesschaden machen. Wieder schön raus und rein. Währenddessen sein Stiegerdorn die ganze Zeit drauf geschossen hat. Hier sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Hier kriege ich gut auf den Sack auf der Linie. Aber Krochgar bekommt hier hart ab, Leute. Oh, jetzt kommt Malakite mit in den Kampf. Er fokust hier meine Dunkeldorn. Und ihr seht, das Krochgar wird gefokust von mir. Durch meine Dunkeldorn, da sieht ja keine Sonne, Leute. Hier habe ich ganz schön geblockt, da habe ich Glück gehabt, dass da kein dicker Zauber reinkam. Ja, Krochgar ist schon auf der Flucht. Ihr seht, dass er ist schön und fokust bei mir. Und die Linie hier sieht ziemlich ausgeglichen aus. Meine Schreckensperre schlagen sich hier gut, sind gut gegen Groß. Deswegen hier auf jeden Fall das richtige Ziel. Malakite geht mit in den Kampf rein, wollte auch ein bisschen Spaß haben. Deswegen habe ich ihn mal runtergeholt. Sein Drache hat ja schließlich auch Hunger. Hier die nächsten fliehen. Die Sauroskrieger mit Speer fliehen. Beide Sauroskrieger mit Schild und Speer fliehen. Alles rennt weg, er verursacht Entsetzen. Jetzt heißt es Monster gegen Monster, meine Lieben. Hier geht es richtig hart zur Sache. Mittendrin habe ich noch meine schwarze Garde von Nagaroth. Die rupten hier auf jeden Fall auch gut rein. Und meine Dunkeldorn haben das Ziel gewechselt, wieder auf großes Ziel. Die machen richtig Schaden. Meine Corsaren sind hier auch am Action machen. Und hier sieht man, meine Reiter sind immer noch am Start, Leute. War eine sehr, sehr schnelle Runde. Die haben wir auf jeden Fall Hardcore überrannt. Und ja, war auf jeden Fall geil gewesen. Hat mega, mega Faden gemacht, obwohl es sehr schnell ging. Er hat sehr krass auf Monster gesetzt. Aber das gegen meine Armee war nicht so eine gute Wahl. Da hätte er vielleicht ein bisschen seine Armee anders aufbauen sollen. Da ich sehr gut gegen groß bin. Und sehr viel Schaden über die Dunkeldorn noch mache. Und deswegen war auch Kroka sofort instant weg gewesen. Ja Leute, es war ein kurzes Replay. Ich dachte, ich lasse euch mal ein bisschen dran teilhaben. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und konntet ein bisschen die Schlacht genießen. Hier sieht man es, seine Einheiten haben nicht sehr viele Kills gemacht. Wohingegen meine ganz gut gemetzelt hatten. Er hatte auch nur 387 Einheiten aufgestellt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hatte. Wir haben kaum Verluste. Das hier ist ja wie gesagt meine Frontline. Die haben nicht mal einen abgekriegt hier, weil die auf den dicken Monstern waren. Dadurch, dass sie ihren Schaden gegen groß machen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video von Total War Warhammer 2 mit mir, dem Fearscream. Vielleicht habt ihr auch mal Bock, euch eine Armee auszusuchen und zu sagen, Mensch, hier übt doch mal die Skaven oder irgendwas anderes. Dann versuche ich die mal ein bisschen zu trainieren und für euch zu spielen. Alles klar, meine Besten. Haut rein. Euer Fearscream. Wir sehen. WIthne. Vielen Dank.